Egal ob Mann oder Frau Österreicher, beide wünschen sich als Beifahrer im Auto eine Frau. Das ist das Ergebnis einer ÖMDC-Umfrage. Guten Muffel und Mietbremser sind unerwünscht. Aber können Frauen wirklich dann nicht Autofahren? Beziehungsweise jedes zehnte Kind in Österreich ist nicht ausreichend gesichert im Auto. Kann denn das sein? Wir checken die Lage. Warum können Frauen nicht Autofahren? Das stimmt doch gar nicht. Das besser putzen können. Das ist ein voller Blödsinn. Warum sind Frauen? Die sind genauso wie Männer. Wir haben es genauso gelernt wie die Männer. Schwenk auf die Frauen bitte. Schwenk. Was sagst du dazu? Das steht sicher nicht. Erst wenn ich fertig. Frauen können ein besseres Auto fahren als die Männer. Sicher? Ganz sicher. Das ist schon recht, oder? No, I am very good driving a car. It's true. Yes, I am very good. In Italy, it's very difficult to drive, but I am very strong. Besser als Männer? Nicht unbedingt. Ich weiß es nicht, ich probiere es gerade. Und, kannst du es? Es geht so. In Holland fahren die Frauen ja immer am besten. No, weil wir zu Feige sind, weil wir es nicht gelernt haben. Ich kann Auto fahren. Alles klar. Wen würdest du dir als Beifahrer wünschen, fährst du auf Urlaub? Du bist die Fahrerin dann. Kannst du dir alle wünschen? Mann oder Frau? Ich glaube, eine Frau. Wenn ich fahre, sitzt mein Mann neben mir. Mama. Mein Papa. Nein, ich weiß es nicht. Geht's mir mitnehmen, wenn sie es heute? Ja, dann nehmen wir die mit. Wirklich? Sicher. Ich hätte auch gerne lieber eine Frau. Aber es geht nur ums Oberschenkelgreifen. Ja. Is he your boyfriend? Yes. Not Brad Pitt or something like that? Yes, Brad Pitt is better, but it's better that he doesn't listen to me. Normalerweise is your friend, back to me. And me? Me? Yes. Also, ich fahre am liebsten alleine oder mit meiner Tochter, mit meinem Mann nicht. Lebe einem Mann. Auch wegen dem Oberschenkelgreifen. Ja. Grundsätzlich egal, hauptsache er oder sie schläft nicht ein. Das ist das Schlimmste, wenn man dann alleine wach bleiben muss. Das heißt, dein Oberschenkelkrabscher. Immer wach. Ja. Wenn du es an einer wüsst, bitte gerne. Eine Umfrage hat ergeben, dass jedes zehnte Kind in Österreich weder im Kindersitz sitzt, noch angeschnallt ist. Wie geht es einmal bei diesem Thema? Da habe ich überhaupt kein Problem. Unser Kind ist immer angeschnallt und sitzt auch im Kindersitz natürlich. Verantwortungslose Eltern. Rabenwelt. Ja. Ich meine, was will man dagegen machen, wenn die Eltern das so wollen, dass das Kind nicht angeschnallt ist, dann ist das eh ihre Sache. Ich kann da nicht mitreden, weil ich bereits Großvater bin. Das sollte das Erste sein, wenn man losfährt. Im Holland ist die Hälfte ja nicht angeschnallt. Ich muss gestehen, ja, nein, gut, natürlich meine Kinder auch, aber so ein bisschen nachlässig könnte auch werden, wenn ich so denke. Früher haben wir auch nicht so rumtauern. Ich fahre irre viel mit Bus und Bus, Bus und Zug, da guet den ja auch nicht an. Aber natürlich im Auto ganz klar gehört, angegöttet. Sehr schlimm eigentlich, weil ich es nicht ganz nachvollziehen kann, weil gerade das Kind das Wichtigste im Leben ist normalerweise. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, das ist ein Sicherheitsgut, der auch für Kinder verwendet werden kann. Altersabhängig natürlich. Wer Kinder hat, sollte das wissen. Frauen können natürlich auch gut Autofahren, sind aber laut Umfrage wirklich die besseren Beifahrer. Für Planet Live TV, Manuel Normal, Total Normal. Tschüss mit Ü. Das war ja gut, die hat die erste noch drin gehabt.